Nitschia, russisch, deutsch, niemandes, ist die erste Single des gleichnamigen russischen Gesangsduos Nitschia. Das Lied handelt laut Aussage Elena Kaipas von der Abschiednahme von geliebten Menschen und dem Versuch, die Beziehung zu diesen nicht zerbrechen zu lassen und nicht zu beenden. Die Single erschien im September 2003 in Russland und erlangte über das Internet Bekanntheit. Es wurde als Download vertrieben. Im Mai 2004 wurde mit Pain2Choose die englischsprachige Version des Liedes über Sony Music in Japan veröffentlicht, die dort jedoch den Einstieg in die Charts verfehlte. Es erschien außerdem auf dem Debutalbum des Duos mit dem Titel Nassi Egeda. Russisch, deutsch für immer. Die Stimmen der beiden Sänger wurden für das Lied stark nachbearbeitet, so dass sie einen elektronischen Klang erhalten haben. Der schnelle Rhythmus wird unterbrochen durch von Kieper gesungene langsame Textpassagen.